Und damit willkommen zu einem neuen Video hier in unserer F1-23 mit Teamkarriere. Und wie der Titel verlauten lässt, läuft heute nicht alles rund, aber dennoch ein herzliches Willkommen zu unserer F1-23 mit Teamkarriere mit Audi hier in Season Nummer 4. Und wir konnten nach dem letzten Rennen einen fetten Sprung in der Weltmeisterschaft machen. Schaut gerne oben rechts vorbei, abonniert auch unbedingt gerne den Channel kostenlos. Und hier sind wir nun in Spielberg. 4,3 Kilometer, 10 Kurven, 3-D-Rest-Zone. Machen sie eigentlich hier fast unmöglich, vorneweg zu fahren, aber das werden wir uns heute mal angucken. Dazu braucht es natürlich mal ein perfektes Qualifying. Das gucken wir uns jetzt mal an, denn es wird feucht. Und das ist nur das Qualifying für den Sprint, also heute geht es einiges ab. Wie gesagt, abonniert gerne kostenlos, lasst doch gerne ein Däumchen rum da, falls euch mir die Videos gefallen, würde ich mich auch gerne über ein Abo auf den anderen Social Media Plattformen freuen. So, die erste Kurve war jetzt eher super optimal, wir waren mit TSC Mittel mit Selbstbremsen und Selbstschalten. Jetzt geht es rauf den Berg, das Piepsen, was einige gefragt haben, ist der Hochschaltton. Ich habe den mal eingestellt, brauche ihn eigentlich je nicht mehr, aber ja, jetzt ist er halt einfach drin. Der Exit hier ist verdammt wichtig, der war jetzt nicht so optimal, aber man muss auch sagen, es ist die dritte Runde auf diesen Tire und deswegen wird es vermutlich jetzt nicht mehr die größte Verbesserung geben. Wir konnten uns aber mit der ersten Runde tatsächlich da mal auf die Spitze setzen. Wir sind erster Platz, aber natürlich nicht gerade mit einem großen Vorsprung. Und wir wissen auch, wie nasse Strecke sind, es kann theoretisch hinter jeder Kurve besser werden. Purple im Mittelsektor, das ist schon mal sehr wichtig. Der Exit war okay, eine Zehntel hier am Delta. Jetzt kommen die ersten über die Ziellinie, mal schauen, wer sich da noch verbessern kann. Verstappen jetzt der neue Zweite, Bottas jetzt der neue Zweite. Also wir sehen, die Strecke wird immer besser. Russell, Bestzeit, zwei Zehntel schneller wie wir. Wir haben genau zwei Zehntel im Delta. Gucken wir mal, wo wir landen. ... Sprintrennens anschauen. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Und vom Platz daneben startet George Russell. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Perez, Bottas, Verstappen, Leclerc, Sainz, Strahl, Boccon, Oscar Piastri, Massa, Doohan, Tsunoda, Joe, Gasly, Theo Pocher, Liam Lawson, Sargent, Magnussen, Albon und Nick de Vries. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Und Leute, es hat tatsächlich für die Pullen gereicht. Aber natürlich ist es jetzt in den Büchern nicht ganz die Pole Position. Wir fahren mit dem alten Sprintformat von der vergangenen Season. Und der Start war gut. Wir kommen besser weg als Russell. Aber der hält hier natürlich drauf. Ja, man, ich kann mich nicht in Luft auflösen. Und ich war mit dem kompletten Auto vorne. Also er hätte ein bisschen früher signalisieren müssen, dass er auch da ist. Aber jetzt hier den Berg rauf. Natürlich haben wir jetzt von der Beschleunigung her nicht das beste Auto. Aber mit der Innenbahn können wir uns gerade hier noch so, ja, safen. Acht Runden im Sprint und dann nochmal 25 Runden im Rennen. Also, ja, Spielberg ist zwar eine kurze Strecke, aber die Renndistanz ist ziemlich lang. Jetzt hier runter. Es ist eine geile Strecke. Ist natürlich mein Heim Grand Prix. Wir haben auch einen Spezialhelm. Und ich liebe die Strecke. Also ich kann nichts anderes sagen. Die Strecke ist wirklich top. Top, 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 top. So, und jetzt hier runter in diese, ja, Bullen-Ecke nenne ich es gern. Denn wir fahren hier einmal rund um den Bullen. Und der steht dann genau on the top. Ähm, ja, auf Kurve 6, 7, 8, 9, 10. Also, äh, Kurve 6, 7, 8. Also, da siehst du überall letzte Kurve hier. Track Limits, ein Riesenthema. Wow, der erste Rutscher hier da. Und ja, wie gesagt, das wird auch zum Titel passen. Denn es wird heute das ein oder andere Rutschige durch die Kurve gehen. Ja, auch hier fett Snap-Overs, die ich probiere mich ja natürlich zu pushen. Auffallend ist auf jeden Fall, dass die McLaren richtig, richtig grottig weggekommen sind. Wir sind hier gerade noch so von der Kollision abgewichen. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Russell da tatsächlich in Turn 1 irgendwie drauf hält. Da hat er ganz, ganz spät gebremst. Wollt er wirklich die Gunst der Stunde nutzen. Doch, ja, außen hast du da halt wirklich eher schlechte Kraft. Ja, aus der ersten Kurve raus, Runde Nummer 4. Es hat sich nicht viel getan. Wir konnten unseren Vorsprung auf 1,1 Sekunden ausbauen. Das ist natürlich auch wichtig, denn das DRS ist seit Runde Nummer 3 enabled. Und wir hatten, ja, auch bis dato, ein bisschen verbremst hier, bis dato kaum irgendwie Probleme. Also, es hat keiner irgendwie an, probiert zu überholen. Und eben auch, weil Russell sich mit der Konkurrenz kämpfen musste, abfrägen musste. Paris jetzt der neue Zweite dahinter, Lewis Hamilton. Und ja, Verstappen mit Russell abgeschlagen jetzt ein bisschen. Ich bin da, ich weiß aber genau, dass das noch nicht in trockenen Tüchern ist. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass dann Checo, ja, die nächsten paar Kurven in unserem DS-Fenster sein wird. Und so ist es, Runde Nummer 5. Checo ist hier. Und auch Hamill nicht weit weg. Ja, Leclerc hat jetzt auch noch Russell geklappt. Kein Plan, was mit Russell los war. Wir hatten, boah, komm, wir werden eben die Strecke. Ja, keine Verwarnung, wie habe ich das denn bitte geschafft? Also, ich habe komplett zu spät eingelenkt. Das Auto hat dann auch nicht genau das gemacht, was ich wollte. Und da kommt der Pures angeschossen. Ich lasse ihn auch in genug Platz, aber irgendwann muss er auch nicht hängen lenken. Und das ist dann dieser Moment gewesen. Sechste Runde und Paris ist da. Das war mir auch irgendwie klar, Leclerc war jetzt ein bisschen eben im Fight mit einem McLaren. Und dahinter ist auch ein Mercedes. Also, da ist auch nicht alles gegessen. Das wäre natürlich heute wirklich top. Wir würden acht Punkte mitnehmen. Und die sind wirklich bitter nötig, um unseren Vorsprung auszubauen. Beziehungsweise unsere Zeit einfach zu unseren Punkten zu verbessern. Und ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir das schon in trockenen Tüchern haben. Gucken wir uns mal die Re-Plan. Und das für dieser echt Hardcore-Rutscher in Runde Nummer 2. Da war dann auch Russell schon direkt dran. Und da hat er auch gemerkt, huch, da geht was. Und ja, da jagt er uns den Berg rauf. Es ist halt wirklich eine Strecke. Da darfst du kaum einen Fehler machen. Gerade so einer wie als Turn 1 raus. Das ist halt dann gefundenes Fressen für die Konkurrenz. Das ist wirklich so. Und ich freue mich auch schon aufs Rennen in Brasilien. Denn die Strecke ist ziemlich geil. Interlagos hat immer gute Rennen zu bieten. Das letzte Sprint-Event des Jahres. Und dann werden wir mal, ja, einen Schlussstrich drunter ziehen. Und mal gucken, wo und Contra mit den Sprints. Denn ich habe gemerkt, vielen von euch und auch vielen Fahrern und vielen Journalisten und so weiter, Streckenbetreiber, ein gefällter Sprintformat nicht mehr. Es ist einfach zu langweilig geworden. Und ja, da muss man sich eventuell was Neues einfallen lassen. Ein Reversed Crit zum Beispiel. Wäre da was. Wir sind in der 8. Runde. Und Lewis Hamilton ist jetzt mittlerweile dran. Auf bis zu 1 Zehntel kommt er da teilweise dran. Unsere Reifen sind tot. Und also wichtig zu wissen, auf jeden Fall, sollten wir den roten Reifen im Rennen benutzen, dann hält der wirklich maximal so 8, maximal 9 Runden, wenn ich den ein bisschen besser beanspruche. Und da mache ich Innenplatz. Muss dafür aber ein bisschen neben die Strecke gehen. Wir gucken uns noch einmal die letzten Replays an. Hier ist Runde 8. Das war der Moment, als Czeko seinen zweiten Platz verloren hat. Denn er hält hier außen drauf. Hat zum Schluss keinen Weg mehr, also keinen Platz mehr. muss dann zurückstecken und dann geht der Lewis vorbei. Ist natürlich jetzt bitter für Perez, aber wir sichern uns hier unseren Sprint-Sieg in Heim Grand Prix. Ich freue mich extrem. Spielwerk, geile Strecke wirklich. Also da kann wirklich... Ich freue mich aufs Rennen. Somit sichern wir uns auch die Pole Position im Rennen und besser können es sich loslegen. Gucken wir uns mal die Statusstellung an. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir... Peres, Verstappen, Russell, Leclerc, Bottas, Strahl, Sainz, Ocon, Massa, Oscar Piastri, Theo Pocher, Duhan, Gasly, Zunoda, Sargent, Liam Lawson, Joe, Albon, Magnussen und Nick de Vries. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit zur Strecke zu schalten. Hier sind wir nun in der Startaufstellung. Lights out and away we go. George Russell hat einiges vor. Er startet mit dem weißen Reifen. Das wird nicht funktionieren, Bro. Das funktioniert absolut nicht. Wir kommen gut weg. Müssen aber hier mal die Lenkung ein bisschen aufmachen. Denn ich weiß genau, was Lewis hier vorhatte. Der wollte da wirklich reinhalten. Aber das juckt mich ehrlich gesagt nicht. Wir bleiben hier unserer Linie treu. Ich bleibe hier innen, um vielleicht den besseren Exit zu haben. Und er rattert da richtig über den Körper innen drüber. Da können wir uns die Führung nochmal zurückholen. Auch wenn ich glaube, dass wir da generell die besseren Karten hatten. Der Move war nicht ganz gut durchdacht von dem Lewis. Und da reinzuhalten, das ist halt auch wirklich sehr dumm. Jetzt geht es runter in die Doppel-Links-Kurve. Das ist so ein bisschen mein Kryptonit. Diese Kurve hier, diese links-rechts. Da komme ich nämlich immer ein bisschen zu weit neben die Strecke. Traue mich dann nicht viel zu früh aufs Gas gehen. Und Halleluja, wie Lewis da angeschossen kommt. Das hat so krank krass ausgesehen. Also, oh my goodness. Das wird heute auf jeden Fall ein hartes Rennen werden. 24 Runden sind noch zu gehen. Und Lewis ist übermotiviert. Gucken wir jetzt nochmal die Start-Replay an. Hier vom ersten Platz aus geht es ins Rennen. Der Start war an sich eigentlich okay. Oh mein Gott. Wer ist denn das? Der Red Bull. Der hat so den Start verschissen. Aber wirklich, das war krass schlecht. Und innen war, glaube ich, genug Platz für Lewis. Also, der hat da ohne Probleme, hat er uns dann, ja, hatte da einen guten Exit hinbekommen. Da war ich fast zu gnädig mit ihm. Und ich habe gar nicht gesehen, dass der zweite Red Bull auch hier war. Mit einem klugen Ross beschleunigen konnten wir uns aber hier an dem Lewis vorbeischlängeln. Ebenfalls Runde 2 hier. Aber das ist nur noch die Kurve. Das ist meine Lieblingskurve hier. Also, wirklich, die ist cool. Aber die drauf folgende ist dann wirklich sehr, sehr schwierig zu fahren. 6 Zehntel. Und das war mir irgendwie klar, dass das Rennen heute eine, ja, knappe Sache werden wird. Also, Lewis, der drückt an. Verstappen dahinter. Leclerc dahinter. Stroll dahinter. Das sind halt alles Autos, die, glaube ich, von der Grundpace her ein bisschen schneller sind wie wir. Und ja, es heißt dann halt wirklich hier einfach alles geben, was geht. Und ja, mal schauen. Vielleicht wird es dann doch was werden. Oder wir werden hoffentlich am Podium landen. Und das wäre so ein bisschen mein Traum. Ich meine, den Sprint zu gewinnen ist natürlich klasse. Aber das Rennen zu gewinnen ist dann halt nochmal was ganz anderes. Ich meine, da ist jeder hier. Jetzt aber mal aus dem Sekundenfenster draußen. Das kommt auch passend, denn wir haben ja ab jetzt auch das DRS freigegeben. Sechste Runde. Ich kann mich nicht ganz lösen von den Jungs hinter mir. Die sind so schnell und vor allem so konstant. Und jetzt hat natürlich auch George Russell schon langsam den Reifen, der halbwegs gut funktioniert. Und der kommt jetzt zurück. Fünfter Platz. Der wird auch heute, glaube ich, mein stärkster Konkurrent werden. Denn er ist halt auf einer komplett anderen Strategie unterwegs. Die anderen kann man eventuell abcovern. Aber Russell, das wird halt schwierig. Wenn er auf gelb geht, ist es natürlich eher semi-gut für ihn. Aber wenn er auf die roten Reifen geht und so ein bisschen drauf setzt, dass er mit den weißen Reifen jetzt so, keine Ahnung, bis Runde 20 fährt, dann ist es natürlich eine interessante Sache. Wir starten jetzt 1,2 Sekunden hinter uns. Wir sind ja in der neunten von 25 Runden. Und ich, ja, habe mich so ein bisschen freirudern können. Aber das ist natürlich kein Ding für eine lange Dauer. Denn es ist halt wirklich eine Strecke. Wie gesagt, jetzt sind die Reifen auch schon tot. Also da musst du in jeder Kurve wachsam sein. In jeder Kurve 100% geben. Und das bringe ich halt einfach nicht zusammen. Ich habe dieses Vertraut auch nach der 4. Season noch nicht ganz. Und das ist natürlich ein großes Problem auf einer Strecke. Wie, ja, Spielwerk, wo du halt alles auf Full Speed machst. Wo halt alles auf, ja, Perfektion und Full, Full, Full ausgelegt ist. Die erste Kurve war nicht so optimal. Da hatten wir einen kleinen Rutscher drinnen. Und jetzt wird uns hier für Stappen den Berg raufjagen. Jetzt gehe ich aber mal rechts. Denn ich weiß, in den, glaube ich, habe ich vom Beschleunigungsduell die besseren Karten. Lassen wir uns raustragen. Und wir bekommen sogar das DS. Das war klüger, als ich mir das jemals gedacht hätte. Okay, also ich habe mir das gar nicht gedacht. Aber natürlich ist es gut, wenn wir dann doch auch noch Glück haben. Jetzt hier aus, ja, der Kurve 9 raus. Aber jetzt gucken wir jetzt mal die Replay. Runde 9. Das ist, ja, der eine Kreuzer hier. Da war Luis mal wieder da. Und wir konnten uns mit einem ähnlichen Manöver wie vorhin gegen Verstappen hier eigentlich problemlos durchsetzen. Das ist easy going, war das gerade so. Und wir sind in Runde Nummer 11. Gelbe Flagge. Ich hoffe, die Rennleitung erfüllt ihren Zweck. Wir kriegen vorerst sie, ich gehe in die Box rein. Und wir holen uns unseren gelben Reifen ab. Die roten Reifen sind durch. Und 14 Runden sollte der gelbe Reifen dann logo aushalten. Und Russell jetzt ist so ein bisschen all eyes on him. Also, denn ich blicke so ein bisschen auf Russell. Denn er, wie gesagt, macht mir so ein bisschen die meiste Angst. Auch wenn die anderen natürlich knapp dran waren, kann ich jetzt sozusagen mit einem Undercut gegen die Jungs easy vorbeigehen. Boxenstopp war okay. Wir bekommen auch unsere Lücke. Superes sind seit 7 Sekunden. Der war natürlich ebenfalls noch nicht in der Box. Und wir haben so eine Riesenlücke hier, 8 Sekunden. Wir können uns jetzt frei einteilen, 1, 2 Runden, werden wir da locker brauchen. Vielleicht sogar 3, 4, bis wir den 8 Sekunden Vorsprung angefahren haben. Bottas jetzt auch in der Box, auch Leclerc in der Box. Wir sind in der 8. Runde und gucken wir mal, wo wir aktuell mal rauskommen. Auch wenn die komplette Spitze noch nicht ganz drin war. Aber jetzt Max und Hamilton, die waren drin. Und wir kommen auch vor den Jungs raus. Perez Massa und der McLaren. Ich glaube, das ist Stroll. Natürlich ist es Stroll. Und der war noch nicht drin. Jetzt sind auch die restlichen in der Box. Wir sind 2,5 Sekunden vor Lewis Hamilton. Der sich auch gegen Max Verstappen durchsetzen konnte. Wir holen die schnellste Rennrunde und übernehmen. Aktuell wieder die Führung hier in Spielberg. Es sind nur 11 Runden zu gehen. Und ich habe so eine große Hoffnung, dass wir das heute schaffen. 2,9 Sekunden. Jetzt wird es dann auch langsam knapp werden. Denn Verstappen wird dreimal hintereinander Darius bekommen. Und der wird uns hoffentlich so ein bisschen einen 1, 2 Sekunden Vorsprung schenken. Es darf natürlich auch von meiner Seite hier nichts passieren. Wir wissen ja, es ist unfassbar Rutschi hier in Spielberg. Turn 1 noch einmal. Ui! Ui! Das war knapp hier mit dem Rutscher. Das war echt sehr, sehr knapp. So, den Berg rauf. Und ja, da war Lewis noch einmal neben. Und nein, diesmal war es Verstappen. Sorry, ja genau. Das war dieses Manöver, wo ich vorhin sagte, da war es Verstappen. Und jetzt war es dann Lewis. Runde 17, Leute. Es ist, ähm, ja immer so ein bisschen schwanken. 2,7 sind es jetzt. Max konnte sich gegen Hamilton durchsetzen. Und wir müssen so ein bisschen, oder ich muss hier wieder so ein bisschen hadern. Denn das Auto, gerade auch die Reifen, wir haben natürlich noch einen älteren Satz. Und das macht das Ganze natürlich jetzt nicht einfacher für uns. Und, ja, aber ich glaube mal, es könnte heute ein gutes Ergebnis für uns werden. Selbst wenn er uns Max noch einholen wird, heißt das natürlich auch nicht, dass er direkt an uns vorbeigeht. Denn ich werde es ihn nicht so einfach machen. Es ist eine Strecke, wo es halt wirklich auf vieles ankommt. Runde 18 und die RS. Ich habe auch auf eure Vorschläge, ähm, hier bin ich eingegangen. Ich bin oft jetzt, ähm, auf RS-Management fokussiert. Gucke auch immer, dass ich so 10, 15 Prozent noch drin habe. Auch wenn ich so ein bisschen in Not bin. Denn das kann wirklich dann teilweise echt helfen, um zu verteidigen. Runde 20. Jetzt geht es hier in die letzte Passage rein. Und, ui, 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 ui. Ui, da bin ich in den Hardcore den Abweiser drüber gefahren. Das ist, naja. Aber ich bin jetzt schon richtig unter Bedrängnis. Max Verstappen drückt hier an. Dann müssen wir den Notausgang nehmen. Und ich bekomme wieder keine Verwarnung, Mann. Was ist denn los halt mit meinem Motto? Was ist denn hier los? Das ist fast zu real. Und, scheiße. Es ist wirklich, wie habe ich das geschafft, Mann? Hier wieder keine Verwarnung zu bekommen. Salala. Und jetzt geht es hier rein. Und, ach du, wie, du, mein. Gott, Leute. Und jetzt kommt so ein bisschen Best-of meiner. Boah. Viel zu weit neben die Strecke. Und hier wollte ich dann alles rausholen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das war richtig knapp. Das war so scheiße knapp. Uns hätte es hier beinahe weggedreht. Also, da darfst du wirklich nicht mehr Spaß machen. Reifen sind natürlich jetzt auch schon ein bisschen, aber, ja, 22-prozentige Reifen. Ich glaube, da solltest du dir noch keine Gedanken machen müssen. Und, ja, jetzt natürlich sind diese Show-Einlagen, die ich natürlich unbeabsichtig mache, aber natürlich sind diese Show-Einlagen cool zu ansehen, aber kosten natürlich Reifen, aber vor allem auch viel Zeit, was wir auch am Vorsprung der Schmilz zu Lewis Hamilton sehen. Es sind drei Runden noch und, boah, 1,5 Sekunden. Das wird so knapp. Leclerc mittlerweile ein Verstappen vorbei und Russell ist auf Gelb gegangen. Also, diese Strategie muss mir Mercedes wirklich erklären, denn die war mehr als dumm. Also, da ist dumm nicht mal mehr ein Ausdruck. Man geht von weiß auf gelb und keine Ahnung. Also, das hätte wirklich gut werden können, wenn Russell so 10, 15 Runden ausgehalten hätte. Mit dem, ähm, mit dem weißen Reifen, dann wäre das wirklich gut gegangen. Hier, gucken wir uns das mal an. Oh mein Gott, Leute. Es war so hart, konnte auch hier nochmal Runde 19. Also, das war ja auch gerade die Runde, wo Hamilton dann tatsächlich ein, zwei Sekunden aufgeholt hat. Und jetzt ist es nochmal knapper geworden. Hamilton ist dran, bis auf einer Zehntel hier. Das könnte noch einmal eine richtig knappe Sache werden. Eine Kurve ist es noch, die letzte kam. Aber ich werde noch das schlicht Hamilton durch. Wir können da uns aber, ja, eigentlich noch gut wehren. Letzte Kurve hier rein. Und ich glaube, wir gewinnen unseren Heimcombrief hier in Spielberg. Wir haben tatsächlich den großen Preis von Österreich gewonnen. Oh mein Gott. Lasst uns mal das Podium angucken. Yes, Mann, Leute. Yes, yes, yes. Dafür müsst ihr auf jeden Fall ein Däumchen rum da lassen. Ich freue mich. Ihr Mann, wir gewinnen Spielberg. Was für eine Sache. Damit endet ein weiteres unglaubliches Grand Prix-Wochenende. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben sie besser gemacht als die anderen? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache. Aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Also, mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt. Aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Wir gewinnen hier und das, glaube ich, auch nicht gerade unverdient. Wir bauen unseren Vorsprung jetzt auf 24 Punkte in der Weltmeisterschaft auf aus und sind das erste Mal Ritter hier in der Konstrukteurs-WM. Das wäre so geil, wenn wir da vielleicht mal den Konstrukteurs-Titel holen würden. Ich spreche nicht von dieser Season. Aber, wie gesagt, ich gebe uns jetzt noch zwei weitere Seasons, also bis Season 6. Und ich glaube, wenn wir es dann nicht geschafft haben, dann ist Audi fehl am Platz in der Formel 1. Aber ich habe da wirklich große Hoffnung drin. Und wir sind jetzt hier Level 25 insgesamt. Das ist stark, bekommt 1,5 Millionen pro Wochenende, also pro Woche. Das ist auch eine mega, mega Summe. Und ja, 50 K, keinen Schaden bei beiden. Massen, ein sehr braves Rennen gefahren. Und für heute war es das auf einmal. Also ich freue mich extrem. Danke, wie gesagt, für euren krassen Support. Vielen, vielen Dank. Und für heute soll es das mal gewesen sein. Wir werden hier noch einmal gucken. Ich möchte auch einmal eine, ja, so ein bisschen eine Abteilung pushen mit Geld. Es ist jetzt, liegt es ja nicht mehr so dünn. Also wir haben ja schon ein bisschen Geld. Aber wir müssen auch aufpassen, denn nach den nächsten Rennen, also nach Belgien, also nach den nächsten zwei Rennen, brauchen wir einen neuen Fahrer und auch wieder Geld. Also abonniert gerne kostenlos den Channel, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Würde mich auch gerne, wir haben ein Däumchen hier oben, mich auch freuen. Und schaut auch gerne auf iTunes-Gaming auf Instagram. Aber vor allem auch gerne auf iTunes-Tobi auf TikTok. Für heute war es das mal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.